Wenn ihr einen Armen seht neben der Strasse, dann ist es nicht genug, dass ihr ihm zum Beispiel einen Euro gebt, sondern du bleibst manchmal bei diesem Armen stehen und sprichst mit ihm. Wie wenn er Sanadar wäre. Oder Joschka Fischer. Dieser Arme ist dir wichtig. Du hast ein wahres Interesse für sein Leben. Wie geht es ihm? Und du achtest ihn so sehr wie Sanadar oder den Papst. Wenn ihr dies habt, wenn ihr zu einem solchen Menschen geworden seid durch mich und diese Schulung, dann heißt das, dass ihr es begriffen und angewendet habt. Euer Christian. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020